Du legst in meine Hand dein winziges Gesicht, warm, blass und jung. Und deine Augen, die noch alles anschauen müssen, weil sie von allem noch viel zu wenig wissen. Und dein vertrauensvoller kleiner Mund, noch unversehrt von Bitternis und Küssen, sind jetzt so still, dass mich ein Schreck durchsticht. Du legst in meine Hand dein winziges Gesicht. Du schaust mich an. Nein, so erwachsen bin ich nicht, dass ich dir darauf Antwort geben kann, wann unsere Welt so warm, wie meine Hände ist. Heinz Karlau Willkommen zurück bei Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Ich bin Susi von Burnout Coaching Berlin und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meiner Miniserie Arbeit, Familie, Leben, Familie. Ich möchte über eine Problematik sprechen, die meiner Meinung nach viel zu oft übersehen und vernachlässigt wird, wenn es um Burnout und seine Ursachen geht. Wie schon in der letzten Folge Arbeit, nehme ich dich auch heute wieder mit auf eine Zeitreise durch unsere Menschheitsgeschichte und die Entwicklung der Familie. Du erfährst von mir, warum es uns glücklich macht, Kinder großzuziehen und weshalb das in unserer modernen Zeit trotzdem oft gar nicht so einfach ist. Am Ende erwartet dich außerdem noch eine kleine Formel, mit der du überprüfen kannst, ob auch du zu denen gehörst, deren Familie im Alltag Überlastung droht oder nicht. Halt, 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 stopp! Vorher will ich aber noch stolz verkünden, dass die zweite Auflage meines Buchs zum Podcast erschienen ist. Letztes Jahr, mit der ersten Auflage, ist mir das nämlich ein bisschen durch die Lappen gegangen, davon ausführlicher zu erzählen. Mein Buch fasst die wichtigsten Erkenntnisse und Lösungsansätze zum Thema Burnout nochmal zusammen. Es besteht also einerseits aus Kapiteln mit den wichtigsten Podcast-Folgen, die dann nochmal sortiert und in eine Reihenfolge gebracht sind, sodass du es lesen und dabei entspannen kannst, wie bei einem guten Roman. Der Unterschied zu einem herkömmlichen Buch ist aber, dass du am Ende jedes Kapitels die Möglichkeit hast, die Erkenntnisse, die für dich wichtig sind, neue Ideen, die dir während des Lesens eingefallen sind, oder die Dinge, die du für dich ändern möchtest, aufzuschreiben. Und so kannst du sie immer wieder abgleichen und für dich überprüfen, was du in deinem Alltag schon umsetzen konntest und wofür du vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit brauchst. Zusätzlich zu den wichtigsten Basisfakten über Burnout und meinen Tipps, wie man da Schritt für Schritt wieder rauskommt, findest du aber auch noch vier Übungen, die ich so in der Form weder im Blog noch im Podcast untergebracht habe. Sie sollen dich dabei unterstützen, dein Bewusstsein für deine Energie zu stärken, deine Energie wieder zu erfahren und zu lenken, eine innere Stabilität zu erschaffen und natürlich zu erhalten und last but not least deine Regeneration und Heilung zu fördern. Und auch hier findest du wieder nach jeder dieser Übungen die Möglichkeit, deine Erfahrungen und Gedanken zu notieren und bei Bedarf auch auszuwerten. Ich will nicht vorgreifen, aber ich liebe diese Übungen. Ich mache sie selber sehr gerne, aber vor allem meinen Kunden haben sie natürlich schon viel geholfen und ja, sie sind einfach so schön. Jedenfalls ein weiterer Grund, mein Buch rauszubringen, war damals auch, dass ich selber oft die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen, die echt eindeutig ins Burnout steuern oder vielleicht sogar schon drinsteckten, in meinem privaten Umfeld, trotzdem lange Zeit nicht bereit waren, sich das einzugestehen. Und ich stand da und wollte so gerne helfen, aber naja, mit der Wand zu reden hätte wahrscheinlich ähnlich viel gebracht, nämlich gar nichts. So ein Buch ist ein sinnvolles Geschenk für jemanden, den du schon länger hart am Limit siehst. Denn diese Person muss ich nicht mit dir darüber auseinandersetzen, aber sie hat das Buch. Und selbst wenn sie es heute nicht liest, wird sie sich daran erinnern, dass du es ihr geschenkt hast und es zur Hand nehmen, wenn sie selber langsam merkt, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Den Link zur Bestellung findest du im Beschreibungstext dieser Episode. Und die Bestellung selber ist natürlich mega einfach. Die funktioniert halt so wie bei Amazon oder Ebay. Du kannst mit Paypal, Kreditkarte, Sofortüberweisung und so weiter eben den gängigsten Zahlungsmethoden bezahlen und bekommst es dann innerhalb von höchstens sieben Werktagen direkt in den Briefkasten zugestellt. Also, schau gerne mal auf meiner Webseite burnout-coaching-berlin vorbei oder klicke einfach direkt auf den Link zur Bestellseite, den du in der Episodenbeschreibung findest. Okay, hätten wir das geklärt? Jetzt, wo ich meine unternehmerische Pflicht erfüllt habe, lass uns zu der unternehmerischen Pflicht deines Lebens kommen. Die Familie. In der ersten Folge von Arbeit, Familie, Leben Arbeit hast du ja schon erfahren, was ich mit Selbstwirksamkeit im Burnout-Kontext meine. Dass es unser tiefstes, inneres Streben in diesem Leben ist, zu sehen, dass das, womit wir den Großteil unserer Zeit verbringen, nicht reine Zeitverschwendung ist, sondern etwas hervorbringt. Ein Ergebnis, auf das wir stolz sein können? Die Früchte unserer Arbeit, sozusagen. Außerdem wollen wir gefordert werden. Wir wünschen uns Herausforderungen, die schwierig, aber zu bewältigen sind, damit wir daran wachsen können. Wir wollen einen Lebensinhalt, dem wir uns hingebungsvoll widmen können. Etwas, dem wir unsere Lebenszeit vermachen können. Etwas, was es am Ende wert war. Wir wollen etwas aus uns entstehen lassen und stolz darauf sein. Kurz gesagt, wir wollen Kinder. Denn das, was ich in der letzten Episode über Selbstwirksamkeit und deinen Traumjob gesagt habe, trifft auch auf unser Elternsein zu. Auch hier erschaffen wir über einen sehr langen Zeitraum etwas, was uns immer wieder spiegelt. Die Kleinen wachsen und zeigen uns jeden Tag aufs Neue, dass die Energie, die wir investieren, dass das, was wir sagen, tun und leben, einen nachhaltigen Effekt hat. Nämlich den, dass unsere Kinder glücklich sind. Dass sie sich prächtig entwickeln. Dass sie von uns lernen, wie sie ihren Weg bestreiten und ihrem Leben einen Sinn suchen und geben können. Wir setzen diese unberührten, kleinen Seelen in die Welt, welche so weich und formbar sind, wie ein Stück warm gewordene Knete. Und nun haben wir endlich die Möglichkeit, alles anders oder besser zu machen als unsere Eltern. Mit Sanftmut und Liebe gegenüber unseren Kittis die Erfahrungen zu heilen oder die Freiheit und Wärme zu erfahren, die uns vielleicht in unserer Erziehung, die wir genossen haben, hier und da fehlten. Wir heilen uns selbst ein bisschen dadurch, dass wir sehen, dass das, was unsere Eltern eventuell für unnötig oder unmöglich gehalten haben, dass das, was wir für unsere Kinder tun und entscheiden, genau den Effekt hat, den wir vermutet und uns vielleicht immer erträumt haben. Kinder in diese Welt zu setzen, ist außerdem unsere Chance, dafür zu sorgen, dass die Werte, nach denen wir überzeugt leben, auch nach uns einen Fortbestand in dieser Welt haben werden. Sie sind unser Beitrag zu einer Gesellschaft, wie wir sie am liebsten sehen würden. Denn wir werden unsere Kinder erziehen und ihnen eine Richtung weisen, von der wir selber denken, dass sie die gesündeste und beste ist, nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen da draußen. Eine Richtung, von der wir glauben, dass unser Land, unsere Gesellschaft eine bessere wäre, würden wir alle danach leben. Mit der Geburt unserer Kinder erweitern wir quasi die Anzahl an Menschen, die so werten und denken wie wir. Und mit jedem Enkel, den sie eines Tages wiederum hervorbringen werden und der natürlich auch wieder unsere Werte von seinen Eltern weitergegeben bekommt, so wie sie sie von uns vermittelt bekommen haben. Wir geben unsere eigene Entwicklung und Erfahrung die wir so lange schon gemacht haben in diesem Leben an sie weiter als Nährboden für die Entwicklung vieler uns nachfolgender Generationen, die daraus wer weiß, was erschaffen können. Denk nochmal an das Beispiel in der letzten Folge mit dem Tischler, der seinem Sohn über Jahre und Jahrzehnte alle seine neu gewonnene Erfahrungen, wie man noch besser Tischlern kann, weitergibt und der wiederum dann sein Tischler-Business darauf aufbauen kann und dieses Wissen nutzen kann und wieder erweitern kann und noch ein besserer Tischler wird als sein Vater und immer so weiter. Selbstwirksamkeit. Mein Denken und Handeln hat einen Effekt in dieser Welt. Ich wirke. Ich forme und verändere diese Welt und zwar weit über meinen Tod und die eigenen vier Wände hinaus. Und dann ist er noch diese tiefe aufrichtige Liebe. Sind wir jemals so berührt und so bereit gewesen, alles um uns zu vergessen, wie wenn wir auf die kleinen, zarten, vertrauensvollen Seelchen unserer Kinder gucken? Haben wir jemals für irgendetwas anderes ein so starkes Bedürfnis nach Dasein, Erleben und Beschützen wollen empfunden, wie für diese kleinen Menschlein? Kinder zu haben ist wundervoll. Das Beste für sie zu tun und alles für sie zu geben jedoch, ist in unserer modernen Zeit schwieriger geworden als jemals zuvor. Um zu verstehen, warum es heutzutage eine solche Zerreißprobe für die meisten elterlichen Herzen darstellt, selbstwirksam in Beruf und Familie zu sein, machen wir aber auch heute erst mal wieder einen kleinen Ausflug in die Geschichte. Diesmal in die der Familie. Denn wir wurden ja nicht nur von diesem verrückten Tiger aus den ersten Folgen dieses Podcasts verfolgt über Jahrtausende, haben in Höhlen gehaust, uns den Nachwuchs auf den Rücken geschnallt und ein bisschen Getreide kultiviert, bis wir plopp auf einmal in strikt eingeteilten Arbeitsstunden und mit bis zu 45 Stunden Fremdbetreuung in der Woche für unsere Kinder am Fließband wieder aufgewacht sind und gar nicht wussten, wie uns geschieht. Nein, der Weg in den Zwiespalt zwischen Familie, Beruf und über 40 Stunden Fremdbetreuung jede Woche, die uns unseren Platz am endlos langen Fließband oder im Büro sichern war lang und den größten Teil dieses Weges gingen die Entwicklungen in der Arbeitswelt, über die ich in der letzten Folge schon gesprochen habe, Hand in Hand mit denen innerhalb der Familien. Aber beginnen wir im wahrsten Sinne des Wortes von vorn. Denn ganz am Anfang war die Herde unserer Familie, bestehend aus viel mehr Menschen als nur unseren Eltern und Großeltern. Was zu welcher Zeit unter dem Begriff Familie verstanden wurde, ist nämlich sehr unterschiedlich und wird ab hier noch eine große Rolle für den Rest dieser und auch in der nächsten Folge spielen. Die zunehmende Arbeitsteilung brachte im Laufe der Zeit einen neuen Familientypen hervor, nämlich den der Haushaltsfamilie. Zu Beginn unserer modernen Zeit- und Arbeitswelt wurde nämlich auch eine Wirtschaftseinheit oftmals als Familie verstanden, also alle Personen, die auf einem Bauernhof arbeiteten und lebten zum Beispiel. Und dazu gehörten dann ja auch Mägde und Knechte und so. genauer habe ich das ja dann schon in der letzten Folge über Arbeit beleuchtet. Jedenfalls die Zuständigkeit der Frauen war hier nach innen gerichtet und folgendermaßen priorisiert. Organisation des Haushalts, Erziehung der Kinder, aber auch Mithilfe im Familienbetrieb oder eben der Haushaltsfamilie. Tätigkeiten außerhalb des Hauses und solche, die große Körperkraft erforderten, wie Waldarbeit und Ackerbau, wurden von Männern verrichtet. Trotz dieser Unterschiede lässt sich die Rolle der Frau aber nicht nur auf die einer Hausfrau und Mutter reduzieren. Neben ihren häuslichen Arbeiten hatte die Frau auch bei der Bewirtschaftung der Felder und der Viehzucht bestimmte Aufgaben zu erledigen. Nur eines hatten die verschiedenen Arbeitsgebiete von Männern und Frauen gemeinsam. In der Regel waren Leben, Lebensort, Arbeit und Familie nicht getrennt. Warst du auf Arbeit, warst du trotzdem immer noch zu Hause bei deinen Lieben und andersrum und hast gemeinsam für eure Familienversorgung gearbeitet. Nun aber zu den Sprösslingen. Sobald sie alt genug waren, halfen auch die Kinder bei verschiedenen Arbeiten. Sie fegten den Hof, gaben den Tieren Futter, trieben das Vieh auf die Weide, zupften Unkraut, halfen beim Dreschen des Korns oder wendeten das Heu, damit es gut trocknen konnte. Auch das Versorgen der jüngeren Geschwister gehörte zu ihren Aufgaben, denn die Mutter war mit der Hausarbeit oder dem Spinnen von Garn beschäftigt. Außerdem halfen die Kinder beim Brot Backen und Kühlmilken. Interessanterweise hat man erforscht, dass Jungen und Mädchen in der frühen Kindheit die gleichen Aufgaben hatten, die sie auch durch Zusehen bei den Eltern lernten. Erst als sie dann älter wurden, erwarben die Mädchen nach und nach dann ihre weiblichen Tätigkeiten, also sie sponnen und webten und kochten, bestellten den Gemüsegarten und brauten mancher Orts sogar Bier und die Jungs arbeiteten außer Haus. Sie begannen zu pflügen, zu ernten, zu mauern. Sowohl Jungs als auch Mädels hüteten Gänse, Lämmer, Schafe, Kühe oder Pferde. Und sicher war das eine Form von Arbeit. Andererseits, wenn ich mir die Kiddies heute so angucke oder wenn ich an meine eigene Kindheit denke, muss ich auch gestehen, dass ich ziemlich happy war, wenn ich irgendwelche Viecher hüten konnte oder sie füttern konnte oder eben auch meinen Teil zu Hausarbeit beitragen konnte, zumindest bei den Dingen, die ich gern gemacht habe. Wie auch immer. Natürlich gab es auch Ballspiele, Fang- und Ringelspiele, Tanz- und Versteckspiele und übrigens die meisten gehen heute davon aus, dass Kinder im Mittelalter weniger emotionalen Wert für die Eltern hatten als heute. dabei war das Kind im Mittelalter keineswegs das ungeliebte Wesen gewesen. Man kann vielmehr sagen, dass die Liebe der Eltern zu ihren Kindern als selbstverständlich galt und vielleicht deshalb auch relativ selten literarische Beachtung in den Aufzeichnungen gefunden hat. An der Selbstverständlichkeit, dass Eltern ihre Kinder abgöttisch lieben, hat sich bis heute nichts geändert. Daran, dass sie neben der eigenen Arbeit trotzdem an der stetigen Entwicklung ihrer Kids teilhaben können, weil Arbeit und Leben nicht voneinander getrennt waren, wie wir es heute kennen, schon. Und hier gibt es eben noch einen großen Unterschied. Anders als heute sahen mein Kinder erst ab einem Alter von ungefähr sieben Jahren als alt genug für eine Schule oder Ausbildung in Fremdbetreuung an. Das mag natürlich der Tatsache geschuldet sein, dass man sowas wie Kitas damals nicht hatte oder nicht brauchte. Denn irgendwer war ja immer zu Hause. Und das hat wahrscheinlich auch wesentlich dazu beigetragen, dass du als Elternteil nicht gestresst sein musstest und dir eben diese Frage, wenn dein Kind krank war und eigentlich noch nicht so ganz wieder auf dem Damm war und vielleicht lieber noch einen Tag zu Hause gebraucht hätte, nicht stellen musstest, ob du dir das jetzt leisten kannst oder ob du es in die Kita zurückschicken musst, weil dein Kinderkrankheit fast oft gebraucht ist oder so. Anyway, in der letzten Folge habe ich ja noch mal an Rogers erinnert und und ich habe über Fromm gesprochen. Heute komme ich zu Eriksen und seiner These, von der du vielleicht sogar schon gehört hast, weil sie von diesen drei Thesen die aller bekannteste ist. Eriksens These war, dass Kinder vor allem bis zu einem Alter von ungefähr drei Jahren extrem auf die Mutter fixiert sind. Wenn sie erleben, dass die Mutter in diesen ersten drei Jahren da ist, sie hört und sich kümmert, wenn sie weinen und sich unwohl oder ängstlich fühlen, entwickeln Kinder ein gesundes Gefühl, das sie für ihr ganzes Leben prägen wird. Ich bin sicher aufgehoben in einer warmen, liebevollen Welt. Und das erscheint logisch, nicht wahr? Schließlich wachsen sie neun Monate im Mutterleib heran und es gibt erst mal nichts, was ihnen so nah und so vertraut ist wie sie. Erstaunlicherweise erlebe ich es immer wieder, dass es Müttern mit so kleinen Kindern auch viel schwerer fällt, sie in eine Fremdbetreuung zu geben als Müttern älterer Kinder. Und erstaunlicherweise ist es auch Eriksen, der sagt, dass schlechte Erfahrungen und Traumata, welche uns in den ersten drei Lebensjahren widerfahren, im späteren Leben nur sehr schwer aufzuarbeiten sein werden. Denn die bewusste Erinnerung an das, was uns passiert ist, setzt in der Regel auch erst ab einem Alter um die drei Jahre ein. Also, liebe Mamis, liebe Papis, wenn es euch so schwer fällt, eure kleinen Kinder lange in die Krippe zu geben, seid nicht so streng mit euch. Denn mit euch ist alles in Ordnung. Ihr seid nicht hysterisch, ihr seid instinktiv. Jedenfalls sind Kinder anfangs sehr auf ihre Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen, Sicherheit und so weiter fixiert, bis sie ungefähr drei Jahre alt sind. Dann wird es etwas langweilig nur mit Mama und Papa wird viel interessanter. Denn Papa ist in der Regel etwas weniger besorgt und abenteuerlustiger. Und hier beginnt laut Ericsson seine Aufgabe. Dem Kind die Welt zu zeigen. Dies ist auch die Phase, in der wir Menschen unsere Selbstwirksamkeit anfangen zu entdecken und auszutesten, sehr zum Leidwesen der Eltern, die ab dann ständig hinterher sein und ein starkes Nervenkostüm beweisen müssen, wenn wir Schränke ausräumen, Dinge zu Boden werfen oder trotzen und Widerstand leisten ohne Ende. Dass Kinder, sobald sie etwas sicherer laufen und agieren können, in die Welt hinaus und ihre Selbstwirksamkeit testen wollen, hat sich früher sicherlich gut mit den kleinen Aufgaben getroffen, die sie nach und nach innerhalb der Familie oder Hofgemeinschaft entsprechend ihre Fähigkeiten und Fertigkeit übernahmen und von denen ich eben schon erzählt habe. Das ist ein natürlicher Vorgang, den ich in vielen anderen Ländern, die nicht zu den westlichen Industrienationen zählen, beobachten durfte. Auch heute werden Kinder andernorts von ihren Müttern getragen und bemuttert, bis sie von Selbstwissensdurst und Neugier auf die Außenwelt entwickeln und sich abzunabeln beginnen. Sie laufen los, sie vergrößern ihren Aktivitätsradius, was der Mutter wieder etwas mehr Bewegungsspielraum für andere Arbeiten gibt, befinden sie sich jedoch in keinerlei Gefahr, da andere Mitglieder der Großfamilie ebenfalls im gleichen Haus oder Dorf leben und arbeiten und die kleinen Welteroberer dementsprechend nie unbeobachtet sind, auch wenn sie sich manchmal so fühlen. Wer sich gerne in Erziehungsratgebern vertieft oder diesen Podcast regelmäßig hört, weiß, das ist das Beste, was einem Kind passieren kann. Sich so frei und selbstständig bewegen zu dürfen wie möglich, viel zu sehen, unzählige Gelegenheiten zu haben, unterschiedliche Talente und Tätigkeiten bei anderen zu beobachten und dem, was es besonders fasziniert, einfach nachzugehen, sich darin auszuprobieren und dazulernen zu dürfen. Kleinere Aufgaben nach und nach zu übernehmen, stärkt zudem das Selbstbewusstsein unserer kleinen Erdbürger. Denn dies ist eine Form der Anerkennung, welche die Motivation steigert und erhält, immer weiter Neues lernen zu wollen. Also, die Rollenverteilung, dass die Frauen die Kinder erziehen und sehr viel mehr und länger zu Hause sind als die Männer, hat sich lange durch unsere menschliche Geschichte gezogen und erhalten. Diese Form der Haushaltsfamilie hat alle weiteren Familienbilder in den nächsten Jahrhunderten geprägt. Aber die Dinge wandelten sich langsam. Der Familie wurde im nationalsozialistischen Staat eine ganz besondere ideologische Bedeutung zugeschrieben. Um das deutsche Volk zu stärken, sollten Frauen und Männer möglichst früh heiraten und viele deutsche Nachkommen zeugen. Die Familiengründung hatte allerdings nicht die Verwirklichung des privaten individuellen Glücks im Sinn, sondern wurde eben als nationale Pflicht angesehen. Frauen sollten nicht berufstätig sein, sondern Mütter werden. Als Idealbild galt übrigens immer noch die bäuerliche Großfamilie. Aber aufgepasst! Die Familie sollte im Sinne der Staatsideologie nur der Aufzucht der Kinder dienen. Die politische und soziale Prägung selbst sollte dem Staat vorbehalten sein. Das ist etwas, was man auch aus DDR-Zeiten noch gut kennt und vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen kann, da diese Zeit ja etwas weniger weit weg liegt von uns als die Nazi-Zeit. Wenn ein System, ein Staat sicher sein möchte, dass es viele gute Nationalsozialisten oder Kommunisten oder was auch immer gibt, muss er den Kids so früh wie möglich in seinen eigenen Institutionen, also zum Beispiel in Schulen und Kindergärten, eben genau das vermitteln, was sie glauben oder wovor sie sich fürchten sollen, damit sie das System ihr Leben lang stützen und erhalten. Das ist eine machtvolle Information. Dort, wo die Kinder im wachen Zustand die meiste Zeit verbringen, nehmen sie unbewusst auch das meiste an Werten und Einstellungen fürs Leben mit. Wenn du als Staat oder wer auch immer wirklich großen Einfluss auf die zukünftigen Generationen haben willst, hol sie so früh wie möglich aus den Familien in deine Schulen, Vorschulen und so weiter. Sei es jetzt die Überzeugung, der Herrenrasse anzugehören oder die Überzeugung, dass die sozialistische Gemeinschaft immer an erster Stelle steht oder meinetwegen auch der Glaube, dass es normal ist, sich ständig selbst zu Höchstleistungen anzutreiben, um sich als wertvollen Menschen fühlen zu dürfen, weil der erste Vergleich mit anderen eben auch von Kindesbeinen an ab der ersten Klasse eingetrichtert wurde, je früher wir etwas erfahren und lernen, umso weniger werden wir es im Erwachsenenalter hinterfragen. Es war ja schon immer so. Und auch der Wirtschaft, von der ja viele heute hinter vorgehaltener Hand behaupten, sie würde die Politik lenken, hilft es ein bisschen, wenn die Menschen weniger Zeit im Familienverbund verbringen. Denn dann sind wir naturgemäß eher bereit, Geld auszugeben und zu konsumieren, wenn wir uns langweilen, einsam fühlen, im Stress sind, Schuldgefühle haben, weniger Zeit investieren können, das eine oder andere selbst zu machen und so weiter und so weiter. Ähm, ach, was ist denn mit dieser Folge los? Was rede ich denn hier schon wieder? Sorry, sorry fürs Abdriften. Jedenfalls. Nach dem Krieg litten viele Menschen unter zerstörten Familien. Es gab Bombenopfer, viele Söhne und Väter waren im Krieg gefallen, andere kamen über Jahre in Gefangenschaft. Flucht und Vertreibung hatten Familien auseinandergerissen. Zu Beginn der Bundesrepublik arbeiteten viele Frauen, allerdings in erster Linie, weil männliche Arbeitskräfte fehlten. Als diese wieder ausreichend zur Verfügung standen, beschwor das Familienbild in den 1950er-Jahren eine Idylle, beschränkt auf Vater, Mutter, zwei Kinderfamilie im eigenen Häuschen. Der Vater war nach wie vor Oberhaupt und Ernährer, die Mutter erzog die Kinder und führte den Haushalt. Presse, Fernsehen, Werbung, alle unterstützten dieses Bild. Und so prägte es eben auch noch die nachfolgenden Jahrzehnte. Du siehst schon, die Trennung zwischen häuslichen Tätigkeiten, Kindererziehung und Küchenkunst einerseits und der Arbeit außer Haus andererseits ist im Prinzip so alt wie die Menschheit selbst. Nur die Dimensionen haben sich ein bisschen geändert. Die Arbeiten, die Hausfrauen bis in die 50er-Jahre zu verrichten hatten, waren enorm. Obwohl die Hausarbeit in jenen Jahren körperlich sehr anstrengend war, wurde der Arbeit einer Hausfrau wenig Anerkennung gezollt. Eine Frau, die den Haushalt führte, arbeitete im Sprachgebrauch dieser Zeit eigentlich überhaupt nicht. Dass der Job Haushalt und Kindererziehung doch einer ist, den jeder, der lebt, in irgendeiner Form organisieren muss und auch die Tatsache, dass er gar nicht als wirkliche Arbeit anerkannt wird in unserer Gesellschaft, wenn wir ganz ehrlich sind, hat sich bis heute in den meisten Köpfen nicht geändert. nicht nicht mal in den Köpfen der Frauen. Und so sind sich viele Arbeitnehmer gar nicht bewusst, dass sie hier noch einen zusätzlichen Job erledigen, der in keiner offiziellen Wochenarbeitszeit mit auftaucht und für den eine Person früher hauptberuflich zuständig war, in jeder Familie. Das ist ziemlich bitter, daher habe ich dir noch eine kleine Anekdote am Rande mitgebracht. In den späten 60er Jahren wurde Hausfrau als Beruf zumindest auf dem Papier anerkannt. Bei einem Immobiliengeschäft hatte eine Käuferin nämlich bei Vertragsunterzeichnung als Beruf Hausfrau angegeben. Der Vertragspartner klagte deswegen und ein Gericht musste schließlich klären, dass Hausfrau tatsächlich eine legitime Berufsbezeichnung ist. Am Ende der 60er Jahre und dem Beginn der Frauenbewegung du weißt schon die Emanzipation und dann Gleichberechtigung und so weiter und so fort geriet die Hausarbeit zwischen die Fronten. Denn auf der einen Seite protestierten die Frauen gegen eine Geringschätzung ihrer Hausarbeit weil Arbeit ist ja Arbeit andererseits wurden die Hausfrauen auch zum Symbol von Abhängigkeit und Frauen die nur Hausfrau waren wurden auch im Zuge der Emanzipation zu einem abwertenden Begriff und das vor allem auch bei den Frauen untereinander. So genug der Geschichte wie sieht das denn nun heute aus in der modernen Zeit? Naja wenn wir auch hier ehrlich sind müssen wir uns eingestehen dass sich dieser abwertende Gedanke bis heute leider leider gehalten hat. In Deutschland im Jahr 2019 hast du als Frau oder auch als Mann wenn du nur Hausfrau oder Hausmann bist wenn du dich entscheidest daheim zu bleiben und dich hauptsächlich selbst um den Haushalt und die Familie zu kümmern einen eher negativ behafteten gesellschaftlichen Stand. Dabei ist ein Haushalt mit mindestens zwei Erwachsenen und zwei oder mehr Kindern einen Vollzeitjob bei dem es keinen echten Feierabend gibt. Wäsche bügeln gesund kochen einkaufen Kinder bei den Hausaufgaben unterstützen für den Kuchen Basar in der Schule backen die lieben Kleinen zu Freizeit Veranstaltungen in die Schule und auf dem Rückweg vielleicht auch noch bei den Hilfe Bedürftigen eigenen Eltern vorbeizufahren Elternabende und Kinder die nachts fiebern weinen oder kotzen wie ein Reier etc. etc. sind nichts was man in fünf Minuten mal ebenso nebenbei macht. Das ist ein Job der organisatorisches Geschick Fingerspitzengefühl im Umgang mit Menschen und deren Bedürfnissen Weitsicht ein Gespür für Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten und viele Eigenschaften mehr erfordert als so mancher Manager Posten. Und hier liegt das Problem welches mir im Burnout Coaching Alltag so häufig begegnet wie kein anderes. So gut wie niemand ist sich heute dessen bewusst dass es früher einen Vollzeitjob gab der fast vollständig den Lebensunterhalt der ganzen Familie finanziert hat nämlich der des Mannes in der Regel und einen Vollzeitjob der die Familie und das Leben aller ihrer Mitglieder am Laufen hielt damit die Familie eine Einheit im Gleichgewicht bleiben konnte nämlich den der Hausfrau Ich würde sagen um die 90% der Frauen und Männer mit denen ich im Coaching gearbeitet habe rechnen falsch denn sie rechnen einen Job pro Person meist in Vollzeit in irgendeiner Firma Wenn du einen Vollzeitjob in einem Unternehmen hast und den Haushalt führst hast du zwei Vollzeitjobs nicht einen Selbst wenn du einen Partner hast mit dem du dir den Haushalt gerecht teilen kannst hat jeder von euch wenn ihr beide Vollzeit noch irgendwo anders arbeitet anderthalb Vollzeitjobs nämlich den Vollzeitjob in der jeweiligen Firma und die Hälfte des Haushalts Übrigens statistisch betrachtet kann von einer gleichmäßigen Verteilung der Hausarbeit leider auch bis heute keine Rede sein Wir bewegen uns in eine gerichtere Richtung aber gut Ding will Weile haben und selbst wenn die Hilfe im Haushalt für viele Männer selbstverständlich geworden ist erledigen auch bei Paaren bei denen beide Partner berufstätig sind die Frauen im Durchschnitt immer noch ca. 70% der Hausarbeit In den Medien höre ich immer nur die Diskussion ob Männer und Frauen gleichberechtigt sind ob zum Beispiel die Hausarbeit oder die Erziehungszeit gleichmäßig verteilt sind Und ich denke das ist gut und fair Eine Teilzeitstelle für den Mann und eine Teilzeitstelle für die Frau und dann jeweils für jeden noch der halbe Haushalt macht insgesamt die Arbeitszeit eines Vollzeitjobs für beide Aber das ist nicht die erste Frage die ich im Burnout Kontext stellen würde Die erste Frage hier als Burnout Coach lautet für mich Was macht der Personalstand in deinem Familienunternehmen Wie viele Vollzeitstellen werden von wie vielen Arbeitern gemacht Gibt es auf jeden zu erledigenden Vollzeitjob einen der ihn erfüllen kann Oder hast du in diesem Familienbetrieb das gleiche Problem wie viele Firmen heutzutage zu wenig Arbeiter auf zu viele Stellen die früher oder später frustriert oder krank durch permanente Überlastung sind Und bitte wenn wir uns diese Frage stellen dann müssen wir uns auch fragen unter dem Gesichtspunkt dass unsere Kinder ja ebenfalls schon mit in dieses Hamsterrad eingepasst werden müssen wenn beide Eltern 1,5 bis 2,5 Vollzeitstellen beackern ob das so gesund ist für die kleinen Geister die ja noch viel mehr nach Intuition statt nach Vernunft leben wollen und sollen als wir Wenn auch du Kinder hast und dir regelmäßig das Theater gönnst morgens im Stress des Haus zu verlassen weil der ganze Tag durchgetaktet ist und nicht den kleinsten Spielraum lässt um sich einfach mal etwas langsamer anzuziehen und in die Gänge zu kommen weil die Nacht schwierig war zum Beispiel oder wenn du gerade verzweifelst weil du dir kein Kind krank in diesem Jahr mehr leisten kannst oder wenn du Staffel 1 Folge 9 gehört hast dann weißt du vermutlich gerade genau was ich meine und und so und so kommt das heutige Mantra der Woche aus dem Gedicht am Anfang und hat den Zweck dich runterzuholen wenn du mal wieder in einem Moment der Zerrissenheit festhängst weil sich dein Mutter oder dein Vatersein mit dem fordernden Arbeitsalltag unserer Zeit beißt und du das Gefühl hast dem System in dem du lebst nicht gerecht werden zu können Atme tief durch schau dir dein Kind an und sag dir du legst in meine Hand dein winziges Gesicht Die Familie ist wenn ich das mit Blick auf die letzte Folge so sagen darf im Unterschied zu dem was uns in der modernen Gesellschaft sonst so begegnet zum Beispiel das Gefühl dass die eigene Arbeit nicht wertgeschätzt wird und man schnell austauschbar ist und sie jederzeit verlieren könnte der Ort an dem wir Menschen immer noch unersetzbar sind und als Personen mit all unseren Facetten erkannt und auch wertgeschätzt werden Kinder zu haben eine Familie zu gründen ist wunderbar hier erfahren wir unsere Selbstwirksamkeit die uns wirklich zufrieden macht und Sinn unseres Lebens ist mindestens genau so sehr wie wenn wir eine große Karriere in unserem Traumjob machen aber das ist eben nicht nur mindestens genauso wertvoll und bereichernd für unser Leben wie eine erfolgreiche Karriere sondern genauso herausfordernd und anstrengend und es ist absurd nie gab es so eine Wissenschaft so viele Ratgeber Fernsehsendungen und Diskussionen um Kindererziehung Kinder und deren Bedürfnisse wie heute und nie hatten wir so wenig Zeit uns unseren Kindern wahrlich zu widmen wie heute diese beiden großen Aspekte über die ich heute und in der letzten Folge gesprochen habe nämlich Arbeit und Familie ergeben zusammen den dritten Teil der Trilogie Leben aber darüber sprechen wir beim nächsten Mal bis dahin klick jetzt gerne auf den Link im Beschreibungstext und bestell dir mein Buch viel Spaß beim Lesen oder Verschenken komm gut durch die Vorweihnachtszeit und denk daran was für deine Familie am meisten zählt bist du deine Susi das was für ich fuh Untertitelung des ZDF, 2020